Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft-Folge. Wir waren ja am Berg, ich hab jetzt mal ein bisschen hingeguckt und da hinten war das Haus ganz so dicht an den Bäumen versteckt. Da müssen wir noch ein bisschen Holz fällen, sonst wird man da nichts mehr erkennen. Ich hab mir jetzt gemerkt, ungefähr wo das war. Wir hüpfen jetzt mal zum neuen Haus, äh zum alten natürlich. Und gucken dann mal, ob da vielleicht irgendwo eine kleine Höhle ist, die wir da vielleicht, ne? Ein bisschen Eisen raus sammeln könnten. Ja, machen wir jetzt mal. Und als ich die Aufnahme beendet habe, also beziehungsweise die letzte Folge, hat auf einmal die Musik angefangen zu spielen, ja. Freut mich nicht, wieso. Ja. Okay. Zombie-Geräusche. Ich guck jetzt mal kurz, ob da jetzt Flash-Nix irgendwie... Nein, nein. Okay, alles leer. Kann ich mal ein Ding mitnehmen? Ich hab jetzt gehofft, dass da vielleicht Essen drin wäre, das wär super. Oh, wär da Essen drin, das wär richtig genial. Gut, ähm... Hier war doch irgendwo eine Höhle, wo wir mal drin waren. Ich glaub da. Dann gehen wir's einfach mal rein. Und gucken, was passiert. Um mal ein bisschen Eisen rauszuholen. Oh, Eisen wär ganz nett. Äh, ich hab keine Fackeln mehr, weiter. Mann. Äh, guck ich mal, ob hier vielleicht irgendwo etwas Kohle ist und dann mal mal ein paar Fackeln. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen dunkel wird. Hab ich auf Breite, ja. Ich glaub schon, ja. Ähm... Unerschöner für die. Kann ich auch machen. Um ein bisschen Kohle zu suchen. Komm, die kann man auch sparen hier. Was ist denn? Ne, das ist doch so ein Dorfbewohner-Zombie. Also, glaub ich zumindest. Da ist Kohle, da ist... Ah, Eis. Okay, das ist eine Fledermaus. Kein Plan, was die bringen soll. Ist halt so ein Halloween-Update zu der 1.4. Und es gibt auch hier Sexen und alles. Äh, habt ihr bestimmt schon alles... Also seid ihr schon bestens informiert, denke ich mal. Oder? Ja, bestimmt. Ich nehme jetzt halt mal ein paar Folgen auf. Ja. Also nicht grad selten, oder? Also, glaub ich zumindest. Und ja, ich bin erkältet. Ja, jetzt nicht mehr so heftig wie da früher. Was ist halt da? Was sag ich früher? Ey, was geht denn mit mir gerade? Ähm... Ich war halt übelst erkältet. Ja, ich musste zur Schule. Wegen der Erkältung kann man nicht zu Hause bleiben. Ich wäre zwar gerne zu Hause geblieben, aber... Ja. Und der Grund schläft halt auch nicht auf, denn das wurde so ein bisschen knapp. Mit den Folgen. Ähm... Heute ist Dienstag. Heute kam keine Folge. Ja, heute ist irgendwas am Internet los. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab heute irgendwie kein Internet. Deswegen kommt ja auch nicht die Musik. Die Folge hier wird vielleicht am Samstag oder so hochgeladen sein. Und ja, ähm... Und ja, ähm... Stimmt, warum... Ja. Warum jetzt Mitt... Also, heute ist Dienstag. Und ich kann morgen... Mittwoch, Donnerstag kein Video hochladen. Doch, Donnerstag kann ich kein Video hochladen. Ich kann Mittwoch... Also, ich konnte Dienstag, Mittwoch kein Video hochladen, weil ich weg war. Also, nicht wundern. Ich war halt weg. Ja. Haben wir das auch schon mal geklärt? So, haben wir hier... Ja, Eisen. Gut. Warum unbedingt. Einmal mitten mal das Zeug. Und weiter geht's. Das Lava... Uh. Gut. Lava, ja, schön Lava hin und gut, aber... Nee. Bisschen nicht. Ich will grad nicht. Lava, nee, ich bin nicht sterben. Wir kennen uns schon, ne, Lava? Weiß Bescheid. Eislust, so weg und so. Standbild. Wisser Bescheid. Oder vielleicht nicht. Wie auch immer. Guckt in... Oh, okay. Hä? Perfekt, danke. Superweg. Nach unten. Ja, komm, cool, aber... Ich brauchte jetzt nur zu viel Fackeln. So, wenn man... Nimm mal die mit... Die mit. Wir auch ein bisschen wieder. So. Ja, komm, gut, vieler Maus. Riege jetzt nicht auf. Kartoffeln und Möhren gibt's jetzt auch. Aber... schon fast keine Hülle finden. Leute... Im PC-Dorf. Später, ja. Ach ja, und ich wollte mich nochmal bedanken für... 40 Abonnenten, alter. Was geht mit euch ab, Leute da draußen? Was geht mit euch ab? Was ist mega krass geil? Ich freu' mich übrigens für jeden Abonnenten. Auch für jeder, der mir einen Kommentar schreibt. Sei es ein... äh... Hate-Kommentar oder sonstiges. Ich... Ich freu' mich über alles, wirklich. Hallo, Zombie. Was geht denn so? So, hier ist noch Eisen. Wir nehmen jetzt erstmal alles Eisen mit, weil... Ja, ja. Fast gar nichts haben. Wir müssen einfach mal jetzt mal mit. Auch sowieso immer Eisen mitnehmen. Das kann man... Davon kann man nie genug haben. Und darunter können wir jetzt auch mal gehen. Komm, ich komm, ich jetzt mal einfach jetzt hier runter. So, voll alt. Modisch. Huh. Ne. Ne. Ist nicht wahr. Huh. Hier ist er doch. Minenschacht. Ne. Wird das überleben? Vielleicht will ich dir im Mann befinden. Überleben ist auf keinen Fall. Das weiß ich jetzt schon. Ist ja geil. Das ist wirklich hemer. Hier finden wir richtig viel Zeug raus. Nur mal kurz merken. X ist doch Höhe. Ne. X ist doch Höhe. X. 174.000. Merke ich mir jetzt mal kurz. Hallo. Hallo. Da war nix hier. Hallo. Da ist Gold. Hab ich nicht. Ja, die ist, ähm... Ach. Hallo Creeper. Lange nicht mehr gesehen. Nein. Oh. Oh. Scheiße. Oh, der war fast explodiert. Ich hab keine... What the... Ey, wir überleben das nicht. Mh, mach mir das Gold weg. Du scheiß Grieber, Alter. So, für den Ausdruck, aber muss es einfach sein. Die sind... Die Teile sind unnötig. Und ich hab keine Rüstung. Ich werd das nicht überleben. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ne. Auf keinen Fall. Das werd ich nicht überleben. Aber na gut. Wir versuchen... Also ich versuche es jetzt zumindest einmal. Ähm... Übrigens so ein Letzt Demo. Jede Woche einmal. Also jede Woche. Irgendeinen Tag. Mal gucken. Ich hab da glaube ich keinen festen Tag, an dem ich das dann mache. Also beziehungsweise hochlade. Ähm... Ich kann in zwei Parts gehen, aber das werd ich dann um einen Tag machen. Und ja. Gut. Ah, Fledermausen. Ich hab irgendwie das Gefühl... Oh, das ist so, glaub ich. Dass, ähm... Gold nicht mehr so selten ist. Ich glaub, das war mal selten, ne? Ja, ich weiß. Ich hab... Ich nimm das noch alles mit, aber ich guck hier erstmal ein bisschen. Ja. Aber nur mal gucken hier, ob irgendwas ist. So, mitnehmen. So. Ich will doch gerne mal Diamanten finden. Äh, das müsste jetzt glaube ich schon die 15. Folge sein. Oder 16... Ne, 15. Denk ich... Ne, 16. Und ich versuch mir grad, das Husten zu unterdrücken. Toilette, wenn ich jetzt nicht schaffe, aber ich denke, das sollte gehen. Versuchst du mindestens, ja, hat geklappt. Das wäre schlecht, wer... Oh, oh. Alter. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Ey, über... Alter. Alter. Was sind denn das für Fischer? Alter. Das... Da ist das für Fischer. Ah. Okay, die kommen doch durch. Kommt durch. Fuck, fuck, fuck. Hölle, Hölle, Hölle. Nein. Ach. Ich glaube, man kann davon kann sterben, hoffentlich. Ich hoffe, es ist so sehr. Komm, regeniere dich schneller, scheiß Leben. Ja, du kannst mir gar nichts. Du auch nicht. Du auch nicht. Okay. Huh. Huh. Komm her. Nein. Alter. Wie lange geht das? Zwei, eins. Weg. Huh. Boah, die sind echt hart. Ohne Rüstung. Okay, ich denke, hoffe, das war's. Ja, ich glaube schon. Da sind keine mehr. Vielleicht sollten wir auch echt jetzt rausgehen und den nächsten Mal in die Hügel gehen. Weil die Spiele echt nicht sterben. Oder wir können vielleicht auch ein bisschen Eisen mitnehmen und dann... Na toll. Ja. Hat sich übelst gelohnt. Ein bisschen Eisen mitnehmen und dann später mal mit einer Rüstung oder so wiederkommen. Ja. Wenn ich hier überhaupt rausfinde. Hallo, Pilz. Willst du? Ja, okay. Okay, ich dachte, ich bin grad nicht aufgesammelt. Ja, ähm, Leute. Das war's wieder für diesen Part. Schaut das... Nächste Mal rein, wenn's wieder heißt. Minecraft. Nächste Folge. Und so. Mien-Schacht, ne. Ihr wisst, wie's läuft. Diamanten und so. Nee, Spaß. Ähm, haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.